Gestern gab es ein kräftiges Gewitter in Böblingen. Hier jetzt relativ gute zu erkennen. Also die Unwettergefahr bleibt jetzt auch in den nächsten Stunden und Tagen bis Ende nächster Woche noch hoch bevor dann vielleicht ein bisschen Beruhigung reinkommen wird. Legen wir los schauen wir dann jetzt mal auf das alles dran und hier sieht man noch mal ein Bild von diesem Unwetter oder einem schweren Gewitter gestern in Böblingen schön hier von der Sonne angestrahlt und dann legen wir direkt los schauen wir jetzt auf den Sonntag und am Sonntag werden wir dann wohl nach jetzigem Stand in diesem großen Bereich weitere heftige Schauer und Gewitter bekommen. Da kann es dann wieder zu einzelnen Unwettern kommen weil in diesem Bereich den ich hier eingezeichnet habe der ist auch ganz interessant denn da dort ist die Höhenströmung wieder sehr gering und die Gewitter beziehungsweise kräftigen Gewitter werden dann doch relativ langsam ziehen und dann relativ viel Niederschlag an einem Ort und einer Stelle bringen. Auch das EZMWF Modell berechnet hier im Nordwesten diese kräftigen Gewitter aber dann nach diesem Modell hätten wir noch einen zweiten Bereich hier einmal Richtung Sachsen und wenn wir das jetzt mal vergleichen hier nur in diesem nordwestlichen Bereich und Richtung Tschechien dann einzelne Gewitter vielleicht auch im Schwarzwald aber hier haben wir noch einen größeren Bereich etwas weiter südlich wo es noch das eine oder andere durchaus mal kräftigere Gewitter geben kann. Schauen wir auf die Kälbwerte und da sehen wir dann doch dass wir verbreitet über ganz Deutschland erhöhte Kälbwerte hätten am Sonntag maximal bis zu 700-800 Kilojoule würden wir erreichen aber das würde schon reichen in einem Sinne durchaus auch mal heftigere Gewitter zu produzieren mit heftigen Starkregen weil wie gesagt die Gewitter sehr sehr langsam ziehen werden besteht örtlich wieder Unwettergefahr. Schauen wir dann jetzt mal auf den 21.05. das ist jetzt der kommende Mittwoch hier nach dem alten Modell und da würden dann vom Süden her kräftige Niederschläge wieder aufziehen würden nach Norden ziehen würden sich dann auch nach NRW rein verlagern diesmal wäre dann ganz NRW betroffen heute vielleicht der äußerste Südwestzipfel von NRW mit diesen heftigen Starkregen da habe ich schon das eine oder andere Bild jetzt gesehen von diesem Ding was da aktuell im Südwesten liegt ja da gibt schon örtlich heftige Überschwemmungen. Schauen wir dann jetzt weiter schauen wir auf das EZMWF Modell und auch dieses Modell berechnet ein kräftiges Niederschlagsgebiet hier im Westen Südwesten und Süden mit teils kräftigen Schauern im Vordergrund teilweise können auch hier in diesem Bereich kräftige Gewitter entstehen und das Ganze wird dann wohl sich weiter nach Norden und Nordosten verlagern und da können sich die Gewitter dann in dieser sehr sehr warmen Luft die es dann am Mittwoch Donnerstag geben soll können die sich dann noch mal richtig bilden. Schauen wir da jetzt mal drauf schauen wir jetzt auf den Donnerstag und da sehen wir dann hier eine heftige Gewitterfront die aktuell nach diesem EZMWF Modell berechnet wird und das sehen wir dann auch noch zusätzlich und das Ganze würde dann dieses Tief hier was dann im Nordwesten liegen würde noch deutlich befeuern. Also wie gesagt hier von Niedersachsen bis nach Brandenburg Berlin rein eine heftige Gewitter beziehungsweise Unwetterfront ja doch sehr sehr wahrscheinlich nach jetzigem Stand aber wie gesagt das hat sich alles noch ändern während wir es hier im Südosten mit etwas freundlicherem Wetter zu tun hätten Richtung Westen gäbe es einfach leichte bis mäßige Niederschläge. Dazu hätten wir dann diese Temperaturen die wären dann doch relativ hoch würden dann zwischen 24 und 32 Grad liegen im Norden und man sieht auch relativ gut hier diese scharfe Abgrenzung zwischen diesen kühleren Luftmassen hier im Süden und diesen deutlich wärmeren Luftmassen hier wo ich diesen Pfeil hingezeichnet habe im Norden und das wird dann mit dieser Gewitterfront dann auch im Norden wohl etwas kühler werden. Und dann kommen wir zum 25.05. und da gäbe es dann weitere kräftigere Schauer und Gewitter die dann nach jetzigem Stand aufziehen sollen teilweise wieder mit heftigem Starkregen der dann doch möglich sein wird. Dafür wäre es dann diesmal wieder im Norden trocken. Da lässt dann die Hochwasser dann lässt auch hier die Trockenheit jetzt in den nächsten Stunden und Tagen etwas nach denn hier kommen dann vielleicht auch einzelne kräftige Schauer und Gewitter mal an mit Starkregen etwas Hagel und Sturmböen die hier dann doch möglich sind. Die Temperaturen schauen wir uns auch noch an und da sehen wir dann doch relativ gut dass wir wieder am 25.05. hier im Norden die wärmsten Werte hätten von meistens zwischen 20 und 26 Grad die wir erreichen würden. Teilweise würde diese Warmluftzunge auch bis nach NRW reinreichen und dann hätten wir noch einen Bereich wo es etwas kühler werden würde. Das wäre dann hier der Südteil mit Werten zwischen 16 und bis 22 Grad. Also überall wird es bei Temperaturen von 20 Grad erstmal bleiben. Die Temperaturen werden jetzt nicht großartig absacken, dass wir dann nur noch einstellige Werte hätten. Das ist auch relativ selten, dass das jetzt zu dieser Jahreszeit passiert. Schauen wir dann jetzt auf die Niederschlagsmengen bis zum 27.05. fangen wir an nach dem EZMWF Modell. Und was sehen wir da? Ja, im Südwesten weitere kräftige Niederschläge. Hier werden bis zu 180 Liter pro Quadratmeter bis zum 27.05. berechnet mit Niederschlagsmengen zwischen 80 bis 150, 160, 170 Liter pro Quadratmeter. Und diese Niederschlagsmengen, die sind dann doch nicht ohne. Und da kann ich jetzt hier nochmal ein Pfeil hinzeichnen. Auf der anderen Seite hätten wir dann hier im Nordosten etwas weniger Niederschläge. Meist so zwischen 20 und 40 Liter pro Quadratmeter. Das ist doch schon ein großer Unterschied, wenn man vom Osten dann nach Westen schaut. Schauen wir uns noch zum Schluss die Niederschlagsmengen nach dem GFS Modell an. Und da sehen wir auch hier im Westen weiterhin relativ hohe Niederschlagsmengen bis 120 Liter pro Quadratmeter, die hier bis zum 27.05. berechnet werden. Unter anderem hätten wir auch hier im Süden eine Niederschlagzone mal mit bis zu 90 Litern pro Quadratmeter. Und zusätzlich noch eine Zone hier Richtung Nordosten, wo es mal ein bisschen weniger geben würde. Also hier so grob in diesem Bereich mit 10 bis 30 Litern pro Quadratmeter Richtung Norden würden dann wieder ein bisschen mehr Niederschläge wohl vom Himmel kommen. Das war es jetzt eigentlich schon mit diesem Update. Danke mittlerweile 4.555 Abonnenten. Und ich hoffe, euch hat dieses Video jetzt am Anfang gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Update wieder. Eventuell heute Abend noch sonst morgen Vormittag irgendwann im Verlauf des Tages. Wir sehen uns, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao.